hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen experiment von mir und zwar habe ich jetzt schon öfter gelesen dass leute die solche bluetooth stöpsel hier benutzen probleme mit dem zwischen kabel haben bzw die beschweren sich dann über störgeräusche die übertragen werden wenn die kabel herum bammeln sage ich das jetzt mal und da ist es so es gibt ja verschiedene klemmen da kann man das ganze hier an der kleidung befestigen die liegen ja also auch bei die kann man auch notfalls nachkaufen und das ist natürlich eine möglichkeit aber was ich noch viel besser finde ist das kabel zu verkürzen genau auf die länge dass es bei einem passt und zwar gibt es oft so kabel management teilchen das sind solche kleinen plastik dinger die gibt es jetzt auch als kleine plastik klemmen und damit kann man das kabel eben verlegen sage ich jetzt mal beziehungsweise verkürzen was ich jetzt noch gemacht habe ich wickel das gerade einmal ab ich habe hier noch solche typischen das sind solche drähte von verpackungen die hebe ich als auf weil die sich ganz gut für alle möglichen sachen eignen eigentlich könnte man man könnte sie auch als beutelschließer bezeichnen die wirklich jetzt gerade mal ab denn ich möchte euch mal zeigen was ich hier eigentlich gemacht habe und zwar seht ihr jetzt ich habe hier das kabel und das kabel ist hier in dieses kabel management teilchen quasi hier reingedrückt ich kann das kabel ist hier wieder rausziehen vorsichtig müsste natürlich umgehen ihr wollt das kabel nicht irgendwie brechen oder reißen und da kann ich das kabel jetzt quasi hier verschieben und kann das dann hier rein drücken so kann ich quasi ich zeige das mir seitlich diese länge bestimmen die hier dann rausgeht also das ist an sich logisch und da müsst ihr anfangs halt etwas rumprobieren bis ihr das auf die länge habt die bei euch quasi perfekt passt dann habt ihr das im endeffekt hier so dann bammelt das hier aber immer noch rum das heißt hier sollte man dann noch mal irgendwas drum wickeln ihr könnt da jetzt natürlich auch eine möglichkeit wäre zum beispiel dünnes garn rum zu wickeln irgendwie zu verknoten oder andere sachen die euch da einfallen was ich jetzt hier gemacht habe ist eben ich habe hier so ein beutelschließer genommen und den kann man dann quasi diese spitze sollte man natürlich in richtung weg vom nacken drehen sonst piekt der nachher und dann kann man einfach hier diese beutelschließer um das kabel wickeln das heißt die beutelschließer halten das kabel dann zusammen dass das sich nicht sich mal so wieder auflöst und wieder portal herumbammelt und stört diese beutelschließer kann ich jederzeit wieder entfernen das gleiche gilt auch fürs kabelmanagement teilchen das ist also keine lösung wo irgendwas verklebt werden muss weil ihr könntet theoretisch natürlich auch taser drum kleben oder klebeband aber das hier geht jetzt ganz schnell und ist für demonstrationen jetzt hier gut geeignet wie gesagt ihr könnt euch ja selber entscheiden könnt taser benutzen klebeband aber wie gesagt das dann auseinander zu nehmen ist dann wieder eine formelei das hier geht viel schneller und so kann ich jetzt eben das kabel verkürzen dann bammelt das hier hinten nicht mehr rum ein nachteil ist natürlich dass ihr auch die fernbedienung nicht mehr so leicht nach vorne holen können also die ist natürlich kürzer und hinten das muss natürlich klar sein ich werde euch jetzt noch kurz einige bilder zeigen wie das bei mir am kopf aussieht damit er mal so eine grobe vorstellung habt und wie gesagt sinn und zweck des ganzen ist es einfach dass sich diese kabel geräusche reduzieren wenn ihr euch bewegt und das ist das kostet ja eigentlich nichts das könnt ihr ja mal ausprobieren so kabelmanagement teilchen kann man nachkaufen für den anfang fürs experiment könnt ihr dabei eigentlich auch bundschließer nehmen die fahren überall rum und da könnt ihr das mal ausprobieren wenn das bei euch dann gut funktioniert könnt ihr dann immer noch solche teilchen nachkaufen das ganze schöner gestalten aber wie gesagt das ist ein kleines experiment live hack oder wie auch immer man das nennen möchte von mir das könnt ihr eben mal ausprobieren wenn ihr probleme mit kabel geräuschen habt jetzt zeige ich euch noch einige vorausgehende experimente von mir im endeffekt ging es ja darum das kabel stramm zu halten denn dadurch bewegt es sich nicht und es gibt kaum bis keine kabel geräusche bei bewegung eine schnelle jedoch nicht sehr bequeme methode ist es die kabel über die ohren zu legen das hält jedoch nicht besonders gut und sieht auch eigenartig aus auf dauer und bei bewegung löst sich das auch sehr schnell wieder als nächstes habe ich das kabel einmal hinter dem kopf zusammengebunden allerdings stört so der rest des kabels und der bewegt sich auch noch wenn wir laufen und stört dabei die beste lösung ist also wie ich zu anfang schon erwähnt habe das kabel fest zusammenzubinden hier im video sitzt das kabel etwas locker ihr müsst also etwas geduld aufbringen und das kabel genau auf euch anpassen ich habe dafür hier solche kabel klemmen und solche drähte genutzt welche zum verschließen von beuteln genutzt werden diese kosten nichts und sind leicht wieder abnehmbar als permanente und finale lösung eignen sich aber auch kabelbinder oder auch klebeband beziehungsweise tesa zum abschluss seht ihr hier nun noch ein optimal an mich angepasstes kabel wenn ich mich jetzt bewege oder eine auf und abwärts bewegung wie beim joggen simuliere dann bewegt sich nichts das kabel sitzt gut dadurch entstehen dann auch keine kabel geräusche wer allerdings mit einer geringen akkudauer leben kann der kann sich auch komplett kabelfreie modelle sogenannte tws modelle anschauen da habe ich auch eine getestet link dazu und in der video beschreibung das war auf jeden fall ein kleines experiment von mir und ich hoffe es hilft dir weiter oder inspiriert dich den link zum testartikel findest du unter dem video das war's von mir ich bin raus und wir sehen uns im nächsten video hier 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 mir测 Vielen Dank.